Was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Da spricht deinem Jatters Herz. Jetzt haben Sie wenigstens was mit Ihnen gemeinsam! Da bei dir. Oh, meine Fresse. Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese wilden Namen. Warum? Aua! Was für ein Jammer! Bring mir die Echos mit her, wenn du dich dazu in der Lage führst. Ich wusste, dass da das letzte war. Du gieriger Hund, du. Hm... Beide sind schlecht. Beide machen schlechter als ich da. Ja... Also alles was wieder verkaufen. Oh ja... Und nochmal eine Granate holen. Die Jax angeverfeuert hab ihm. Was sie denn? So... Ach... Halt's Maul. Wollen wir erstmal das machen oder wollen wir... Nee... Lass uns erstmal das mit dem Zwerg machen. Lass uns erstmal die anderen Nebenquests machen. Dann komm. Dann wählst du aus. Hab ich doch schon. Ach so, alles klar Goko. Ne, auf der Karte meinst du jetzt, ne? Ja... Warte mal, lass mir den Zwerg... War... Da. Wo die Mockreiter. Ich weiß auch wo wir hin müssen. Ja, ja, links runter. Wir können ruhig laufen. Ja, lass uns mitlaufen. Diese Breckchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag vor? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey! Du glaubst du führst dich dort draußen zu Tode? Ja, ja nicht, ne? Vorher kriegen dich die Vaniten. Mein Tag? Oh! Ja, war alles gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, links dann. Ja, ja... Die lauert auf dem Müll. Ah, 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 ah. Ja. Ah, 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 ah. Warte mal, komm ich hier fullimocks? Nö. Ja. Hahaha, ist klar. Können wir reisen. Ja. Reise, reise. Reise, reise! Grob! Ich glaub wir haben gleich noch gute Waffen da. Ich hab mal grad geguckt, ich brauche 90 GB für eine Dreiviertelstunde. Ja? Jupp. Geschärft. Ist doch das Angebot geworden, ne, zum Kotzen. Ähm, alles viel zu schlecht. Dahinter ist noch ein Automatregal. Ja, der ist uninteressant. Oh, geil, kommen die ganzen Blöden aus hier. Oh, erstmal da oben. Nein! Lass die Vieja doch mal in Ruhe. Die greifen nur an, wenn du die angreifst. Hm, genau. Ich mach die Arbeit, schieß die an. Hat er doch. War ne Herausforderung. Gemeistert. Ey, das Ding hat nur 7 Kugeln, da ist das Schlimme. Ja, meins muss auch mal nachladen. Was denkst du denn? Meins hat 10. Meiner hat 10. Bitte. Gier, 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 gier. Klassi, Monkey Dime. Warte mal ganz kurz. Ähm, wir können noch diese Token verteilen, ne? Ja. Wer einen kann ich verteilen? Ich hab' noch 5. Hm. Das ist gar nicht wie jemand verteilen. Keine Artenschaden. Schildlade, Verzögerung, Schildlade, Geschwindigkeit, Nahkampfschaden, Schusswaffenschaden. Glaub ich mach' den Schusswaffenschaden, ja. Ich glaub' das bringt im Moment ein bisschen mehr. Was? Schusswaffenschaden erhöhen. Feuerwarte. Schusswaffenschaden. Oh. Oh. Da kam was. Komm' noch welche. Ja, ja. Ein Schusswaffenschaden ist schon besser jetzt, ne? Und das war nur 0,7 Prozent. Egal, warte. Ich muss einfach... Hast du Feuer? Hab' kein Feuer. Ich hab' kein Feuer. Ich hab' auch guck' mal. Koke, koko. Hi. Koke, koke. Gelser. Der ist da durchgepackt für dich, Katrin. Ja, der packt hier nicht mehr durch. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er totgepackt. Oh, mein Schild, Alter. Das ballert so schnell nach oben. Wir gehen aber noch nicht an. Ich weiß nicht, was es war. Du hast noch jemanden wieder. Ja, scheiß Schilde. 108er. Trotzdem. Hätte er das gebrochen können zum Verkaufen. Hätte er das gebrochen können zum Verkaufen. Oh, wie waren noch mal Granaten? G. G für Granate, oder? Weiß er nicht. Ja, ist G. 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 ich komme das machen die sirene erscheint auf jeden fall die vögel sind am nervigsten sind geil märz und das ist gefunden wir wollen ja auch gerade abschieben und anschließen was du nieder ist runtergestockt das macht ja wie viel braucht der war gleich zwei schüsse deswegen ja next level auch schon doch zeit endlich so da ist noch einer du was jetzt können wir auf unseren ersten punkt verteilen oh ja mache ich jetzt an die token eins lösen kann ich auch noch schuster verheizig na gut den ersten punkt musste um einsetzen gucken kann ja noch kein mehr war das denn noch mal mit der aktion der rente bei mir automatisch magic was los mit dir hallo ach so ja da waren aber immer noch mehr die sind alle tot glaube ich nämlich nicht lalalalalalalalalalalalala ich finde das nein du bist so eine arschgeige ne wo musst du jetzt einfrieren ohne witz dein ernst wieso nicht was dann ist das nicht einfrieren dem potz mister wird so schön im lauf wieder voll 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 noch weiter kann ich das mit ja auch machen was denn irgendwas wieder aufgesammelt ok wieder eine waffe aber diesmal lohnt sie dich nicht gar nicht 16er schaden lohnt sich eigentlich gar nicht ich glaube auf dem schiff gab es ja noch waffen ne ja irgendwie schilde auch nicht mein inventarplatz ist gleich voll nachher zack lacht doch nicht so lange nach ok classy monkey time oh jetzt seht er beide nach das geile ist ja bei mir bei mir lädt sich mal die munition mit auf gleichzeitig bei der ich habe mir nicht auf die nerven wo ich das andere lp gemacht hatte da hatte ich den asikin genommen zero zahl als ein zahl als ein zahl ja 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 ich glaube hier rum lag auch noch ein bisschen ey nein nicht im wasser nein wir waren nix männer er verringt er schon zurück ja alles klar wir haben abschütteln ja vielleicht dass wir wieder so viele wie voll nervig sind meins ouch wo ist das wie was tut ah die kommt von oben sind noch drei he wollte mich grad treffen ich bin nur so zurückgelaufen habe meine luft angehalten fertig bei wie viel sind das bitteschön auch kommen wir mehr ja das sind ein paar jeden auch aber nur ein paar aber auch wirklich nur ein paar sind das bitteschön wie will man da hinten rennen um den Loot zu kriegen nimm auf hier du nimm auf ach klar so beide Waffen aufgeladen die noch nicht ne ach ja und rennt sie auch nicht wo du hin rennt aber andersrum nur siehst du ja cool aktiviert ja ist ja nichts mehr komm ok komm ja und das andere Schiff kommt da hin wo da die Waffen so drauf waren ja aber das ist ja wieder ja ja nein pass auf spring hm springt wo ist das dann ab und vielleicht gemerkt dass du da lang gelaufen bist sag nicht du greifst du für mich schon wieder an ne diesmal nicht ne ich stehe hier einfach mal so rum ne du bist behindert der box ist runter wenn man Waffe gewechselt eben noch ach so ja hab ich gerade eingesammelt damit ja ja ist klar ob so eine schrotti ja ja wieso nicht oh ey dreck sich was so los und falsch mit dir her alles so wie mit dir die Zeit die man einwechsel muss meine munition langsam einsparen habe wieder kaum welche